Ich kann mich genau auf 50 kommen, deswegen Aha Tu, was du nicht lassen kannst, denn ich kann da auch nichts dran ändern Gold, Eisen, allen Scheiß haben wir da Und wie sieht es bei dir aus? Bist du eigentlich beruflich tätig oder bist du noch Schule? Studium Oder das Das zählt ohne Scheiß für mich als Schule Ja, würde ich auch sagen Weil du lernst auch wieder was Aber man lernt ja nie aus, selbst im Beruf, also somit ist alles Schule Schule verlässt dich nie Am wenigsten mit Spongebob Dann hat die Schule nämlich nicht gewirkt Da muss ich noch so weit runterbuddeln, Alter Dann würde ich sagen, baue ich einfach Das ist der ultimative Plan, den werde ich jetzt durchsetzen Das ist der Plan Ja Das ist ein Plan Ein sehr guter Plan Oder vielleicht ein schlechter Plan Ich weiß nicht Ich vergesst Ich weiß nicht Weil ich nicht wissen will Weil Stopp, stopp, stopp Don't übertreib Don't overtreib Entschuldigung, ich hab morgen Spieking gedashed In Englisch Ja Übertreibs nicht Ich hab da fast den Enderman angeguckt Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Scheiße, ich glaub ihr habt den Enderman angeguckt Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Ja Enderman gekillt Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Alter, ich hab schon so viele Endermänner getötet Ja, für mich, aber ohne es dabei zu sterben Das ist ein Rekord Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Ähm Aber hey Eins, zehn, zwanzig, dreißig, vier, zehn Bist du gerade Ganz kurz Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Fünfzig, gut Boah, jetzt ist meine Eisenspitzhacke kaputt, ist gleich gar nicht Habe ich noch eine auf Reserve? Wenn nicht, dann nehme ich meine, ah gut Deine? Die, Picker Picker Welche denn? Die Unverzauberte, bevor du wieder denkst Ich benutze die guten, ah, mit Stückchen Was? Wie diese Kohlenbauer Mit Stückchen? Ich nutze nie die gute mit Stückchen Oh, geil Oh, lecker Hier, das ist der gute Leber dran Der mit Stückchen Ja, genau den Okay, gut, dass ich jetzt so gut wie unten bin Denn ich bin gleich so weit Dass ich sagen kann Ja Die Minecraft-Buck ist mega laut Du hast Minecraft-Musik an, ernsthaft? Ja, leider Was ist denn du für ein Hinterwäldler? Ich habe meine Extended-Exclusive-12-Ton-Musik an Die so gut klingt, dass meine Ohren schon angefangen haben zu bluten So gut ist die Ich habe hier Kohle gefunden, aber ich habe keine Pickaxe Um die gescheit abzubauen Du hast behutsamkeitsspitzhacken, Punkt Ja, ich habe sie aber nicht mitgenommen Was für ein Idiot I blame you Eisen abhauen Ich habe auch keine dabei, aber ich bin näher dran, um schnell die Kohle abzufahren, wenn ich will Weil Ist so Ne? Jetzt darfst du nochmal sagen Also wenn Nils dabei, würde er jetzt gleich abhauen Weil er und seine Mutter Stress zusammen haben Komm nicht mehr so gut zu rechts im Bett Oh ne, Alter, wie assi Ich weiß Beziehungsstress? Schlimm, gell? Beziehungsstress mit der Mutter Die Mutter lässt sich nicht mehr ins eigene Bett schlafen Beste, Beste, Alter, meine Augen Beste, Beste, Beste Kennst du das, wenn die Augen einfach so dumm tränen Und du weißt nicht warum? Meistens bei mir beim Gähnen Eins, zwei, drei, vier, fünf Eins, zwei, Hafer, drei Eins, zwei, drei, vier Juhu, ich bin offiziell unten, aber ich baue Alter, Mann Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Eins, zwei, drei, neun Weißt du was? Ich baue ein... Oh, das wird so extrem, aber ich glaube, ich mache das einfach Acht, neun Ey, wirklich, nee, ernsthaft, das meine ich ernst Ich glaube, das mache ich jetzt gleich Weißt du wahrscheinlich nicht vom... Und ich rede, aber mir ist das scheißegal Zehn Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben Und zwar habe ich jetzt geschafft, eine Treppe von meiner Burg oben Einen Weg nach oben, nach unten zu bauen Wodurch ich jetzt somit eine schöne Verbindung habe Diese Verbindung werde ich aber wahrscheinlich in der Hälfte Einfach mal kurzerhand in eine Brücke umfunktionieren Die über das Hälfte unseres Dörfleins geht Zehn Und immer wieder so Abzeigungen habe Wodurch wir sozusagen einen Laufweg haben Der überall hingeht Die ist total bekloppt, aber ich glaube, das werde ich einfach machen Ui Eins, zwei, drei... Und das baue ich alles aus Diamantblöcken Heißt, wir müssen die Silikta-Spitzhacke anschmeißen Niko, schmeiß sie dir mal einen Spitzhacken an Wir brauchen Diablo Nein Ich glaube, das baue ich aus Akazienholzen Ach, neun, zehn Eins, zwei, drei, vier, fünf... Also ich brauche jetzt eine durch viel Holz und Stein In Kombination Hä? Ich brauche gerade nicht Zehn bis... Boah Mann! Mann, Mann, Mann Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Gut, so Zehn Zwanzig Dreißig Vierzig Wodurch, wie viele Akazien stehen hier rum Okay, fünfzig Boah, das hier ist immer der erste Der muss weg Boah, jetzt zähle ich mal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, zehn, Fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreinundzwanzig, dreißig, 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 dreißig Wie peinlich! Meine Diamantspitzhacke mit Nur Effizienz ist kaputt gegangen Was für ein Verlust Oh mein Gott Das ist so tragisch Ich könnte fast heulen deswegen Ich hoffe ich klinge Emotional genug HALT Das ist RTL Niveau Warte ich fang meinen Satz nochmal an Du musst es vorstellen Bei RTL Vergesst nicht Raus zu schneiden Dann sind wir so Wie so Moment ich hab mir versprochen Ich fang meinen Satz nochmal an Ich hoffe ich klinge emotional genug Für euch Ich schwärme für Speck So Oh Essen Oh ich muss bald wieder Essen holen Willst du mir helfen ganz viel Stein abzubauen Für einen guten Zweck Zwei Was kriege ich dafür Fünf Stein Nix Wuhu Das ist so extrem gut Dass ich gleich dir helfen werde Ich hätte eigentlich alles Moment Wir müssen jetzt Wir machen jetzt ein bisschen RTL Niveau Okay Oh ne nicht schon wieder Okay dann lassen wir es lieber Das ist RTL Niveau Hey mach mal RTL Niveau Nö Okay Ah das ist immer der erste Ähm das hast du schon mal gesagt Ne 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 Doch hast du Machen wir andersrum So zehn Eins Zwei Nein das ist Eiche Äh Eiche Fünf Sechs Wer braucht denn schon Eichenholz Zehn Braucht höchstens Eichelholz Eichelholz Kann nur ich dir beschaffen Kann nur ich dir beschaffen Eins Zwei Äh Wieso hast du Eichelholz Du hast ne verholzte Eichel Was bist denn du für ein ungesunder Typ ey Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Ich bin der geilste Du hast ne verholzte Eichel Alter Hallo Das ist ungesund Schmeckt voll lecker Du hast ne verholzte Eichel Alter Immer noch Schmeckt voll lecker Immer noch Ja Leute Und das netz dich Niveau Bildungs Niveau Lechtes Niveau Lecht für alle unter 15 Jährigen Niveau halt Eins Zwei Zwei Alle 15 Jährigen okay Die können es vielleicht nur vertragen Aber der Rest nein Einfach sofort ausschalten Das ist die beste Idee Best Idee Äh Wenn du mitkommst Sollst du aber irgendwie so Entweder Keine Ahnung Sechs Sieben Eisen Pickaxes mit Pickaxe mitbringen Ich hol kurz meine Dia Äh Die bringt glaube ich Äh Obwohl Hab ich Ich hab doch ne Pickaxe Die Haltbarkeit noch drauf hat Ja die benutze ich Wunderbar Ich nehm einfach ein paar Gold Weiß was Ich schau mal ob ich Gold hab Und mach mal ein paar Goldspitzen Äh Das Gebehalt Gold lieber für was anderes Weil das können wir gebrauchen Für goldene Karotten oder sowas Wow Lavasee Das Lavasee Moment Moment Du bist nicht grad da unten Bei der Eierfarm Alter 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 QB ist bei unserer Farm Alter wie viel Lava Weg hier Ach ja Pack die Pack die Diamantspitzhacken Wieder ein Ähm Moment Dann muss ich schnell zur Kiste laufen Um die kurz wegzupacken What the fuck Willst du mich verarschen Das ist ein Scherz oder Ich hab keine Ahnung Wo ich lang muss So Alles gesichert was wichtig ist Haha Ich hab Angst vor euch Ah What the fuck ey Ich hab grad voll die Orientierung verloren Ah Ah Hier war ich doch grad eben Ah Ah QB ist bei mir Ich hab Angst Was macht er Äh Bei mir Äh Mich verfolgen Ah shit Da war ich schon Das ist die eine Ecke Zweite Ecke Dritte Ecke Und hier müsste es nach links gehen Sonst hab ich megamäßig gefällt Ja gut Er ist auch runtergegriffen Dummheit Und hier nach da Wunderbar Was hat er denn gemacht Oder was macht ihr denn gerade Äh Er schaukelt sich meine Burg Meine Derzeitige Soweit sie Ist eben Burg an Ganz kleine Frage Kannst du mir Ein Wassereimer runterwerfen Beziehungsweise Wasser runterwerfen Wo bist du bitte Erstmal Ähm Geh mal dahin Nimm einen Wassereimer mit Den musst du übrigens auslernen Nicht richtig runterwerfen Ich muss hochkommen Da wo das Ding in der Luft ist eben Da ist so Ähm Da hab ich nebendran So ein paar Fünf Blöcke so was nebendran Oder zehn Blöcke nebendran Ist irgendwie so Dass das nach unten geht Äh Und da einfach Wasser reinkippen Frag Nickel Die Erde noch entfernen Also ein Wassereimer Gefüllt oder geleert Gefüllt Nicht runterwerfen Das Wasser runterlaufen lassen Achso meinst du das Warte Ich muss Ich will nämlich hochkommen Ich hab Leute was gefragt Für die Insel da Meiner wahrscheinlich Also wo ist jetzt hier ein Loch Wo ich rein muss Da wo die Insel ist Unten drunter Da ist irgendwo ein Loch Äh So So ein Teil wo halt Unter drunter Erde ist Äh Ich hab so ein Wasser Einen zweiten Wasserkriegel gemacht In der Du machst einfach den Erdblock weg In der Mitte Stimmt ja ok Bin da Ja genau wunderbar Jetzt kommt Wasser runter Alter Nein Nein Alex Du bist du ein Vollidiot Ernsthaft Was denn Können Und nicht können Das sind zwei Leitinge Warte ich komm schnell Ja Willi Der meiste des Töt Sterbens Also das nenne ich Skill Jetzt kannst du runterfallen Alter Kubi nervt sowas von Ähm Schreiben mal Ich kann nicht schreiben Weil ich gerade am hochschwimmen bin Ähm Fackeln kennst du nicht oder? Ich hab keine mitgenommen Schreib mir mal Schreib mir mal Dass ich nicht kann Weil ich gerade Nicht kann Die haben es auch drauf Mit IQ und so Äh Moment Und Ja warum Warum kann ich nicht schreiben Ihr seid solche Arschlöcher Einfach nur Ihr seid einfach nur Arschlöcher Er war schwimmel Weißt du Mit euch brauchen wir keine Freunde Aber man wird gerne nur Gewobbt Ernsthaft Moment du sagst ja Mit euch brauchen wir keine Freunde haben Du hast den Spruch verkackt oder? Mit euch brauchen wir keine Feinde haben Höstens Ne weil Freunde Die sind die Die sind die einen dissen Hey willst du noch Proviant haben Dann würde ich da noch Melone runter Oh Sch